Musik Liebe Münchnerinnen und Münchner, erst einmal wunderschön, dass Sie alle heute hier im fiktualen Markt sind. Und ich muss eins sagen, ein kleiner Wunsch innerlich von mir ist in Erfüllung gegangen. Dass die Marktweiber am 11.11. das erste Mal hier und heute aufgetreten sind. Ein ganz tolles Dankeschön an die Marktweiber. Das soll es sein, Fasching hat Herz, ist für alle. Für alle Münchnerinnen und Münchner, für alle die in München Urlaub machen und alle die hier in München leben. Und ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Sonne gibt uns recht. Und ich hoffe, dass Sie viele, viele Veranstaltungen von uns, von der Stadt München, besucht. Am Freitag, dem 14. November, haben wir unseren ersten großen Gala-Dibütantenball im Bayerischen Hof. Wer nur Lust hat, kann herzlichst gerne kommen, ab 20 Uhr es beginnt. Und es gibt auch noch viele Veranstaltungen heuer von der Nahaller. Und ich glaube, wir sehen uns irgendwo, irgendwann wieder und spätestens hier wieder auf dem fiktualen Markt.